Hi zusammen, ich habe ein paar spannende Neuigkeiten, ein kleines Weihnachtsgeschenk für euch. Ich habe große Pläne mit meinem YouTube-Kanal und ich werde sehr viel an Videocontent raushauen. Und zwar habe ich ein paar Kategorien vorbereitet. Demo Lounge, dann Making Metal und On The Road. In der Demo Lounge geht es vor allem um Equipment, Gitarrenpedale, Amps und so weiter. Und ich werde da einfach mal meinen Spaß daran haben, Sachen auszuprobieren, euch zu zeigen, was die Sachen können. Und ich werde mich auch mit Künstlern unterhalten, was die Equipment-mäßig so benutzen. Und außerdem auch noch direkt mit Herstellern und probiere euch die Sachen einfach zu zeigen, was Sachen können, was man damit machen kann. Bei Making Metal geht es ums Metal-Machen, ums Musik-Machen und hier geht es halt teilweise um Songwriting. Es geht um Gitarren-spezifische Sachen mit Lessons, Tutorials, Playthroughs und ich werde auch Interviews machen mit anderen Künstlern. Und auch da geht es darum, ums Musik-Machen im Prinzip, grob gesagt. Dann haben wir noch On The Road, wo es um Konzerte geht, um Messen und auch Rig-Rundowns von anderen Künstlern. Und im Prinzip ist es einfach nochmal ein persönlicher Einblick in mein Tour-Leben. Der Plan ist, wöchentlich zu veröffentlichen, wahrscheinlich sonntags. Es kann mal mehr, es kann auch mal weniger werden. Ihr könnt mir einen riesigen Gefallen tun und mich unterstützen, indem ihr einfach den Kanal abonniert und vielleicht auch dieses Glöckchen-Symbol anklickt, weil dann kriegt ihr auch Benachrichtigungen, wenn ich was veröffentliche. Das meiste wird auch in Deutsch sein, aber wahrscheinlich auch ein paar Sachen in Englisch. Also vielen Dank, macht's gut, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.